Moin, willkommen zur zweiten ETB. Ich konnte jetzt nicht lassen, die erste war jetzt sehr, sehr spannend, um es mal so auszudrücken. Skipperw Ende heute am Freitag, den 29. Von daher schaut es lieber nochmal an. Hab gerade ein Froschenmalz. Ja, zweite Box. Es gibt noch viel, was wir zielen, zielen, zielen müssen. Reverse und Tolos haben auf jeden Fall ausreichend schon mal gezogen in der ersten Box. Mal schauen, was die zweite Box für uns bereithilft. Und ja, ich nehme einfach nur die Booster raus, ihr kennt den Rest. Ihr könnt es mir mal die Poma anschauen, vom Centering. Ansonsten will ich euch da nicht mit den Inhalt des Produktes nerven. Oh, komm her. Snolax hier, Moment. Wo ist denn jetzt meine Hand hier? Ist ganz okay. Kein Damage. Ja, nehmen wir mit, würde ich sagen. So, dann drückt mir wirklich die Daumen, dass die jetzt besser wird. Ich gehe mir davon aus 3, 6, 9, es passt auch alles. Snolax legen wir mal hier in die Ecke und dann, let's go. Oh, ich glaube, das wird echt ne Reise werden, das Master Set. Also da müsste ich wirklich meinen Godpack ziehen, um zu sagen, ey, ich schaffe das. Ich bin gespannt. So, ich sage, wir haben als erstes eine Pflanzenergie, wie beim letzten Mal. Ah, Stahl. Okay. Brüssel kommt zur Seite. Und wir gehen rein. Wir haben einen Electek, Rihorn, Tangela, Smogon, ein Greifer, ich glaube Greifer. Ein Klingler, ein Energy-Sticker, ein Glomander als Reverse und ein Hornlio Reverse. Plus, uh, Bisa-Flo-Ex. Sehr, sehr schön. Das heißt, es geht schon mal gut los. Den Bolt kann ich ja schon mal hier liegen lassen. Schön. Erstes Tag, erstes Hit. Bitte, bitte in 5 Minuten, lass es nicht der letzte Hit für diese ETB gewesen sein. Manchmal beginnen jetzt ETBs richtig, richtig gut und dann rauschen die voll ab. Ich sage, voller Energie. Okay. Ah, okay. Drückt die Daumen. Slimer, Hornlio, Subat, Goldin, ich habe schon gar nicht gesehen. Duflor, Dictry, Pixie, Austausch-Lybos, Schilloc-Lybos und... Oh, Alakasam-Jex, eine übelst starke Karte. This attack can be used even if this Pokemon is on the bench. Das ist übelst stark. Geil, wieder ein Hit. sehr schön ich habe gerade gemerkt, ich habe leider die Revers hier noch liegen lassen die muss ich mal noch ich glaube, steht es hin Revers, wo seid ihr denn? ach ne, die sind da ich habe auch mein System und manchmal geht das etwas durcheinander ja, heute gibt es auch wieder ein GifoW ich muss mal schauen, was ich nehme und wie lange das geht warte mal, heute ist der 29. oh, 29. wir machen das GifoW bis zum oh, hoffentlich vergesse ich das nicht ja, bis zum 6. würde ich sagen das ist realistisch ich sage, das ist eine Holoenergie und das ist eine Kampf oh, Pflanze Holo, sehr schön die würde ich gerne behalten ich lege die mal zur Seite eventuell bekommen die die trotzdem wenn wir jetzt ein anderes ziehen so, wir haben Nebulax, habe ich schon gar nicht gesehen Paras, Voltorb Setra King äh, Simon, Setra King Simon, doch ne Sieper, Simon, oh Gott Duflo, Ammonitas und Aquana Reverse Plus, Ayurodactyl, das ist ein übelst gutes Artwork und ich habe bestimmt den Eindruck, dass das hier alles etwas hängt, das ist sehr verzögert ich hoffe, das passt trotzdem mit dem Video ansonsten tut es mir leid für euch ok weiter gehts, wir machen eigentlich ist jetzt der Aspekt feiere ich ganz sehr eigentlich ähm, ich sage, es ist eine Feuerenergie die haben sich schon wieder ok ok let's go Irgendwas stimmt hier nicht, aber schaue wir wirklich, dass die Aufnahme in Ordnung ist dann der Stormfossil Hornlio, Zubat, Goldini Kokowai, Kingler Geo Rock auf meine Stimme Hitmonchan Energy Sticker und Bisa Flow Nr. 2 Denk ich mit? Sehr sehr schön Kann man sich nicht beschweren Das heißt, ich habe schon mal 3 Witz mit der Holung Aber das ist ja mal realistisch, wir sagen da es in 2 So, ich nehme noch mal einen Schluck aus meiner Feuer-Pokémon-Tasse Liebe Grüße gehen raus an meine Schwester die das Video nicht sehen wird ähm Stag Stall Ah, Unlicht Knapp, 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 knapp So Wir haben ein Krabi Nein, Jurope Heinsandern Dodo Pixie Dictrie Alpolo Sehr schön Rettergrund Glutex so als Charakter Eh, die Box ist gut Und Bill's Transfer als Fullart Yes, 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 yes Uh, ist das gut Och, bitte lasst ihr hoffen damit gut sein Oh, das nervt mich schon wieder Ich bin so schlecht in Videos schneiden oder produzieren oder wie auch immer das nennt Ich mach's nur so aus Spaß und würde jetzt nicht so viel Zeit investieren um mich damit irgendwie zu beschäftigen Ich hoffe das passt Das ist ein echt gutes Video grad eben Geil Ich sage... Wasser Uh, Kampf Und die sieht auch sehr schön aus Ähm Ähm Ah Ich möchte wirklich die Diebe halten Ich liebe Pflanzen Pokémon mehr als Kampf Pokémon Wir nehmen Hashtag Hashtag TipToy Hashtag TipToy Und dann Uppsala Dann könnt ihr das gerne gewinnen Ich hab mich grad etwas verschoben So ist ja nicht schlimm Okay, wir haben ein Ultrigaria Ein Nebulak Ein Paras Ein Voltobal Akani Ein Relaxo Sandama Sandama Ja Porenta Ähm Goldking Genau Ich komm auch mal auf die deutsche Namen nicht Unten rein 3 2 Ist ganz gut Also sie haben jetzt noch nicht so viele doppelte Reverse gezogen Das macht mich natürlich happy Und wir haben jetzt auch 3 Booster und haben schon richtig gute Hits gehabt Also Das ist echt ne richtig schöne EDB Wenn die alles so werden würde ich mich sehr freuen So Ich sage es ist eine Puh Ich sag Feuer nochmal Ah Psyjo Macht nichts Sie haben ein Zentara Ein Radfrazos Sehr sehr cute gemacht Das gefällt mir sehr Ein Shiggy Ein Schlurp Ich kann nochmal hier anschauen Kikli Ein Shilok Na komm Ein Hypnist krass Ich zieh dir und das ist übrigens verzögert Das nervt mich Ein Arkami als Reverse und Slowpro Reverse plus Ein Ditto Das Ditto ist sehr sehr schön gemacht Das habt ihr wahrscheinlich schon sehr oft gesehen Sehr sehr schöne Karte Sehr sehr schön So Letzten 2 Packs Ich sehe gerade die Kampfenergie Im Turan Pilz Austausch und so Bisa Bisa Sam Kaputu Und Ah Ich hab's echt angenommen Ich hab's echt angenommen Schade Letzten 2 Packs Und dann Geht's schon wieder Weiter mit dem nächsten Video morgen Morgen kommt noch meine EPB raus Die ich dann aufnehmen So Wir sagen Ich sag nochmal unbicht Ah Feuer aber Feuer hat Sprung Na ja na gut So wir haben ein Muschas Knofenzer Sieper Nidoran Männlich Ein Duflo Pixi Dictri Ein Radical Das sieht richtig cool aus Und I'm Aligned Ah Licketang Schlup Und Nochmal ein Amoroso Aber die Box war gut Der hat mir sehr gefallen Jetzt waren auf jeden Fall da Mal kurz durchskippen für die Skipper Dass ihr alles gesehen habt Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder Macht's schön gut Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal